Wir haben was vorbereitet und zwar ein Stempel-Dingsbums in vier Farben und der kleine Oskar darf heute seine Füße verewigen und Händchen. Hat aber keine Lust. Schauen wir mal, ob das klappen wird. Ob das jetzt geht, weil er ja mal schon rum hat. Er hat gerade mal einen schönen Finger genuckelt und hat das so beruhigend. Das war so schön, gell? Ja. Genau. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal aus. Probieren wir es mal. Muss er durch. Muss er durch. Kriegt er schon hin? Ja. Welche Farbe hätten wir es denn gern? Machen wir den Klassiker erst mal schwarz. Erst mal schwarz. Gerade auch schon mit dem Finger ausprobiert. Es ging, glaube ich, ganz gut wieder weg. Ich hoffe. Ja, angeblich sind es Farben, die einfach wieder abgehen. Ui, wie machen wir das? Ohne irgendwelche giftigen Stoffe. Ein Link dazu ist übrigens unten in der Beschreibung. In der Beschreibung, genau. Und von Klamotten geht es dann auch wieder ab, oder? Ich nehme an. Wie kriege ich denn deine Hand jetzt auf? Wahrscheinlich gar nicht. Jetzt sind wir noch zu früh dran, aber deine Händchen sind so süß. So. Ja? Oh weh. Oh je, das kann was werden. Das glaube ich wird nichts. Ich glaube auch, das wird nichts. Das mit den Händen müssen wir wohl später machen. Füße erst mal. Oh ja. Na gut, dann verholen wir die Füßchen. Die bleiben wenigstens gerade. Einigermaßen. Das müsste ja funktionieren. Wieso einholen? Schau mal, die passende Eier kauen drauf, die Riesen-Nachie. Oh ja, Füße. Gut, dass wir das jetzt machen würden. Ja. Das stimmt. Okay. Aha. Jetzt ist sein Fuß drauf. Jetzt müssen wir gucken, dass er da nicht verschmiert. Warte, ich halte sein Füßchen. Und. Schau. Fest zu drücken, kleiner Mann. Oh. Super. Oh mein Gott. Das ist ja toll. Du machst es so gut. Du bist ja tapfer, kleiner Mann. Ja. Super. Schau mal. Geht doch ganz gut ab. Ein bisschen schwarz ist es noch, aber er wird eh gleich gebadet. Dann kommt der Rest weg. Oh. Was ist das? Was ist das? Und jetzt? Fuß Nummer zwei. Nummer zwei, genau. Erstmal noch aufschwarz. Geht das? So, ich halte. Fussel? Ja, ich halte. Schup. Oh ja. So was Gemeines, gell? So. So schwarz. So, dann müssen wir jetzt so. Jetzt durch die Wohnung laufen. Hier nebendran. Oh, der ist verrutscht. Ein bisschen, aber das macht nichts. Aber der andere ist süß. Das ist ja doof jetzt. Ja, süße. Kleine Patschis. Hältst du es noch durch mit einer anderen Farbe? Probier mal noch eine andere Farbe. Oh, schade, dass der jetzt verrutscht ist. Ja, ein bisschen schade. Oh ja, das machst du hier super, Kleiner. Ja. Gut machst du das, Aske. Ja. So. Ja. Okay. Was für eine Dame. Ja, 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 ja. Nehmen wir... Einen roten und einen gelben. Einen roten und einen gelben. Das ist gut. So. 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 Den zuerst diesmal. Ja. Rechts für rot. Das ist eine gute Idee. Vielleicht wenn du ihn ein bisschen beruhigst. Ich versuch's. Ja, ja, ja. Schau mal, du hast ein rotes Füßchen. Oh nein! Rot. So. So. Schaffst du das jetzt alleine? Ja, das kriegen wir schon hin. Und... Taps. Taps. Ja. Oh, das sieht ja voll schön. So süß. Das sehen sie kleiner aus. Ja, das sehen sie kleiner aus. Diese riesen Latschen hier. Das sind riesen Füße. Das ist ja jetzt schon Schuhgröße 15. So riesen Füße. Ach, die Ärzte hat gesagt, die sind schon relativ groß. Ja, der will mal groß werden, hat die Hebamme gesagt. Ich hoffe, der kriegt keine 50er Füße. Hoffentlich nicht. Da hast du dann Probleme, Kleiner. So, und jetzt? Einen gelben. Einen gelben? Oh, wie schön. Dazu. Ist ja aufgefallen, ist ja eigentlich egal, wie groß die Füße sind. Man kann sie ja so ein bisschen draufpinseln. Ja, ist mir auch aufgefallen. Dann kann man das auch nochmal in, keine Ahnung, ein paar Wochen nochmal machen. Ja. Vor allem mit seinen Händchen dann. Mit den Händen dann, ja. Er macht sie immer zu so Fäusten, dann ist das so schwierig. So. So. Ui, schön gelb. Und? Jetzt daneben. Nebendran. Und? Das ist gut abgelenkt. Das ist gut. Und? Und? Latsch. Oh, fehlt ein Stück, aber trotzdem süß. Das ist schön geworden. Sieht süß aus. Toll. Ein kleines Erinnerungsstück. Ja. Da gibt's ja so Gipse, oder da gibt's ja so viele Möglichkeiten, die man machen könnte. Aber, nein. Wenn man es blau drüber macht, dann wird's grün, oder? Wirst du grün, oder was? Nein. So, guck mal. Da hab ich putzi putzi. Mit dem Finger im Mund ist alles super palettig. Dann können wir's gleich nochmal versuchen. Gleich nochmal? Ja, klar. Wenn er so schön ruhig ist. Grazen. Probieren. Okay. Na komm her. Wenn man blau. Blau jetzt, okay. Schön einpinkeln. Ich zieh ihn auch. Ich kringel da auch so ein. Ja, der greift so ein bisschen zu, gell? Mal schauen, dass wir hier genug Farbe überall haben, dass nicht wieder die Hälfte fehlt vom Fuß. So. Schauen wir mal. Mal quer probieren. Vielleicht geht das besser. Ich kann nicht so besser halten. Und. Zaps. Nicht wegziehen. Oh, wie schön. Gerettet. Oh. Der ist ja wirklich gut geworden. Ja. Doch, der ist gut geworden. Tut mir leid, mein Baby. Das hast du super gemacht. Ein Fuß noch. Ein Fuß noch. Hast du gehört? Und Hand wird wohl nix. Hand wird heute, glaub ich, nix noch. Schade eigentlich. Die sind auch so süß. Vielleicht nächstes Mal. Was sagst du? So. So. Guck mal. Es wird immer schön sauber gemacht. Ja. Ach, noch ein blaues. Okay. Ja, den zweiten. Ich mach jetzt einfach mal zwei blaue, so wie das schwarze. Ja. Blau ist eine schöne Farbe. Ich find blau super. Stimmt. Xaruk ist blau. Ja, ich find blau toll. So. Die Zehchen. Oh, jetzt streckt er sie schön aus. Ja, stimmt. Ist bestimmt kitzelig. So. Schön. Es geht schon fast in Türkis irgendwie. Ja. Wenn's vom Fuß ist. So. Anderen Fuß. Und. Jawoll. Sehr schön. So hab ich mir das vorgestellt. Toll. Das sieht super aus. Ja. Schön. Das kann man dann einscanschen oder so ein bisschen Geld mit drauf. Stimmt. Aber nix. Oh, ihr könnt bunte Regenbogenfessoren. Boah, jetzt aber. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das reicht jetzt. Schönes Zeug. Eine tolle Erinnerung für uns. Das machen wir jetzt alle paar Wochen, ha? Und dann machen wir so eine ganze, die Wand im Flur oder so. Wenn das so ein Kinderzimmer kriegt, kriegt da so eine Fuß-Finger-Hände-Bordeorde an. So am Rand oben. Ja. So, Fazit. Sehr gut. Muss man machen, oder? Ja, unbedingt. Macht Spaß. Gehört das schon. Wahrscheinlich, dass die jetzt nicht so gut geworden sind. Aber wir haben ja dann. Können wir ja irgendwann. Können wir ja nochmal machen. Aber die sind so schlecht sind sie nicht. Die Blauen sind schön geworden. Ja. Das Schwarze ist ein bisschen krockelig geworden und dann noch so verzogen. Das Blaue ist super geworden. Also das Blaue ist hammermäßig. Schön. Übermacht auch den Meister, ne? Siehst. Eigentlich wollte ich ja hier direkt rein, aber krieg ich das dann überhaupt geschehen? Puh. Jetzt hält er ruhig. Achso Handabdruck. Achso Handabdruck. Das wird ja sowieso nichts. Ne, aber Fuß kannst du jetzt machen. Hm. Okay. Irgendwann, wenn der weiter so große Füße hat, dann passt das irgendwann nicht mehr ins Büchlein. Ja gut, da ist noch ein bisschen Platz hier, also. Wir haben ja schon fertig. Guck mal. Achso, dann muss ich den Fuß aber nochmal ein bisschen abputzen. Er ist noch so. Was für Farbe willst du denn draufschmieren? Gelb hätte ich jetzt genommen. Gelb, okay. Jetzt ist die Frage, ob das gescheit funktioniert hier mit dem schon blauen Fuß. Ja. Dann ist er ein bisschen blau oder weiß, doch wurscht. Das sieht gut aus. Aha. So. Und jetzt auf die richtige Seite, nicht beim Handabdruck, Fußabdruck steht hier. Fußabdruck. Ist voll cool. Das war so ein Geschenk, das kleine Büchlein. Ist eigentlich ein Werbegeschenk, aber insgesamt ist das Buch ziemlich süß. Boah, das ist gut geworden. Sehr gut, Oskar. Toll gemacht. Schön. Schau mal, wie schön das aussieht. Ja, das sieht echt toll aus. Und da dann rot oder so. Oh, das wäre super, ja. Aber dazu müssen erst die Hände sich ein bisschen... Ja, also ich glaube so in zwei, drei Wochen lässt so der Greifreflex nach, habe ich gelesen. Ah, okay. Kann man das vielleicht machen. Und das ist auch süß geworden. Sehr gut. Das ist wirklich Zucker geworden. Cool. Ja, das ist ein schönes Büchlein. Ja. Da sind voll schöne Sachen drin. Da sind reingeschrieben, wann er auf die Welt kam. Wie er heißt. Dass wir dachten dass das ein Mädchen wird. Das ist echt ein schönes Büchlein. Ich habe dann Ultraschallbild einkleben. Das machen wir auch, ne. Hier schon wie die Geburts war. Genau. Schön. Jetzt hannoird ein Fußabdruck drin. Sehr gut. High five. Na dann, bis zu bestem. Tschüss.